Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. es ist wieder Zeit für ein kleines Gewinnspiel. Diesmal wirklich klein, kurzes Video, denn momentan läuft ja noch die Drachenwoche und viele Leute sind enttäuscht, weil Capuno so gut wie nicht aufzufinden ist. Auch aus Eiern macht es sich rar, die Shiny-Rate nicht geboostet. Also wer jetzt schon ein Shiny Capuno hat, Glückwunsch an der Stelle. Ich für die Familie brauche ja wieder drei Stück. Aber weil Capuno so ein kleiner, dreckiger Sack ist, konzentrieren wir uns heute auf was anderes. Und zwar auf Kaumalad. Und nicht nur irgendeinen Kaumalad, sondern Shiny Kaumalad. Und wie immer wird es dazu ein Gewinnspiel geben. Ihr kennt die Regeln. Ich hau dieses Video raus. Ihr guckt dieses Video an. Ich poste den Hashtag bzw. nenne ich den im Video. Ihr kommentiert den richtigen Hashtag unter das Video. Und unter allen, die den richtigen Hashtag geschrieben haben, wird ausgelost. Die Auslosung, wie immer, Montag 21 Uhr im Livestream. Montag 20 Uhr ist nämlich immer der Chill mit Ramses Livestream. Da könnt ihr dabei sein. Da gucken wir auf die YouTube-Landschaft. Andere Pokémon-Go-YouTuber oder besprechen aktuelle interessante Themen. Und damit ein fester Zeitpunkt da ist, sagen wir 21 Uhr ist in diesem Livestream die Auslosung. Und wenn ihr gezogen werdet, müsst ihr da sein, um zu sagen, yo, hier, ich bin's, bam. Denn manchmal sind Fake-Accounts dabei oder irgendwelche Leute, die irgendwas und das nicht mehr aufkommt. Haben wir das jetzt so gemacht mit dem Anwesensein. Und wenn euer Name fällt, habt ihr Zeit zu sagen, yo, ich bin's. Und dann ist gut, wenn keiner sich meldet, nichts da ist, ziehen wir weiter, bis wir einen Gewinner live im Livestream haben. Jetzt am Montag hatten wir das shiny Incognito verlost. Und die drei shiny Starter mit Visier. Und da gab es auch wieder den Fall, dass der Hashtag falsch geschrieben war. Oder, dass gar kein Hashtag dabei war, sondern nur ein normaler Kommentar. Die hätten alle gewonnen. Oder einer hat gewonnen, war aber nicht da, hat sich nicht gemeldet, also wurde weitergezogen. Das ist natürlich ärgerlich. Also 21 Uhr im Livestream dabei sein am Montag. Dann gibt's die Auslosung von diesem Gewinnspiel. Und den Hashtag, den ihr diesmal nehmen müsst, ist einfach, ganz einfach, shiny Kaumalad. Schreibt also einen Kommentar, wo dieser Hashtag enthalten ist. Ihr könnt auch einfach nur den Hashtag nehmen und reinschreiben. Einfach Hashtag shiny Kaumalad unter dieses Video. Und ja, dann war's das. Dann seid ihr dabei. Dann könnt ihr gewinnen. Und die Auflösung, wie gesagt, am Montag im Livestream. Das war's auch schon von meiner Seite aus. Der Adi liegt schon wieder auf dem Boden und macht einen auf Brot. Den zeigen wir euch jetzt noch zum Abschluss. Ansonsten bis heute zur Spotlight-Stunde. Denn die Spotlight-Stunde werden wir auch wieder im Livestream übertragen. Da ein bisschen chillen. Und morgen das erste Mal auch eine Raid-Stunde live. Wo ich drauf hoffe, dass ihr alle den Ramses einladen tut. Damit ich eine Stunde lang von zu Hause im Stream einfach Einladungen annehme. und mit euch raide für shiny Rai Quasa und gutes Rai Quasa. Brauche ich zwar nicht, aber ist ein Test für die nächsten Wochen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns in der Spotlight-Stunde oder bei einer anderen Sendung oder bei der Auflösung des Gewinnspiels. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Und euer Adi. Nicht? Gut. Adi! A-A-A-A-A-A! A-A-A-A-A!